So, hallo, bisschen müde, aber irgendwie habe ich Lust noch einen Part aufzunehmen. Ich hoffe, dass ich das nicht bereue, weil immer wenn ich müde bin und was aufnehme, läuft das schief. Aber wir werden sehen. Wir haben das letzte Mal hier uns bis zum Stern vorgearbeitet und können jetzt die nächste Welt betreten. Insofern gehen wir einfach diesen Rundkurs. Ich denke, das wird am Ende so ein Rundkurs sein, egal in welche Richtung man angefangen hätte zu laufen. Insofern passt die Geschichte. Es wird jetzt nicht irgendwelche Abzweigungen oder sowas, denke ich, großartig geben. Sondern einfach eine schöne Welt, die man... Okay, ich bin hier gelandet. Gut, hat sich erledigt. Okay, das heißt, man läuft bei jeder Welt einmal bis zum Ende und dann wahrscheinlich weiter. Und hier sind die ganzen Submaps, die man erreichen kann. Okay, dann machen wir erst die komplette Overworld und dann machen wir die Submaps. Gott. Jetzt würde mich allerdings eine Sache interessieren. Ist das hier zum Beispiel auch ein Level? Weil vielleicht... Nein, okay. Also wäre es lustig, wenn es irgendwelche Level gibt, die man so nur geheim erreichen könnte. Das wäre noch lustig. Aber ich glaube nicht, das könnte man in einem normalen Hack machen. Aber hier geht es ja wirklich einfach nur darum, dass es eine Overworld gibt, wo die ganzen Sachen einfach dargestellt werden. Und das ist sehr, 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 sehr schön hier gelungen. Okay, gehen wir also hier runter und spielen G.U.C. Plains von The Orange Toad 44. geworden. Und ich möchte wieder betonen, ich werde das immer wieder tun, ähm... Quest, Underground, Castle, okay. Mashup Level, ja. Aus allen möglichen Sets zusammengestellt sozusagen. Ja, und genau das wollte ich eben auch gerade immer wieder betonen. Denkt bitte immer daran, dass hier nicht neue Grafiken verwendet werden können, sondern nur Elemente, die Vanilla sind. Wenn es trotzdem anders aussieht, dann ist es gut gemacht. Okay. So, Dragon Coin. Na, das zum Beispiel. Solche Lampen gibt es ja im Original nicht, aber die sind nur aus Vanilla Elementen zusammengebaut worden. Das sieht nicht Vanilla aus, aber ist Vanilla. Es wird hier nichts geben, was Custom ist. Außer halt, wie gesagt, die Musik. Ich muss das nur immer wieder betonen. Scheiße. Ich würde da gerne wieder hoch, danke schön. Ähm, dass das auch jedem klar ist. Auch jetzt vielleicht Leuten, die nicht jeden Part einschalten und so weiter. Deswegen werde ich das öfter mal sagen. Also nicht wundern, wenn ich mich da gerne wiederhole. Oh, Donkey Kong Musik. Das fällt mir jetzt erst auf. Interessant. Oh, das könnte jetzt kritisch werden, wenn die... Oh, beide kommen. Okay. Puh. Äh, Pilz. Schade. Ja, ich hab schon Angst vor dem nächsten Kollegen. Ist da noch was? Nein, da ist nichts mehr. Dann raus hier. Mit Waypoint wäre jetzt cool. Oder ein Pilz. Und nicht vorher sterben. Okay. Puh. Immer wieder spannend. Ich meine, ich würde ja wahrscheinlich... Nein. Oh, wait, 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 wait. Wir müssen... Wir müssen unten lang. Für Yoshi-Coins, ne? Ich hab das schon richtig verstanden, das Schild vorhin. Okay. Mit Waypoint. Dann können wir trotzdem auch mal kurz zurücklaufen. Und gucken, ob wir mit Waypoint... Äh, Yoshi-Coin da oben noch finden. Weil hier komm ich ja nicht mehr zurück so. Das ist der Punkt. Aber ich denke nicht. Nein. Genau. Da wären wir raus... Okay, da wären wir rausgekommen. Interessant. Das heißt, es war ein kompletter... Der komplette Weg da unten. Die komplette Höhle. War nur... Ich betone. Nur für... Aua. Für Yoshi-Coin. Crazy. Okay, das gibt ein Leben oder einen Pilz. Okay, Leben. Ich meine, es ist ein Leben-Pilz, aber... Na, wir wissen, was ich meine. Okay. Okay, noch eins. Gut. Aber sieht auch sehr schön aus, das Level. Und Design ist bisher auch sehr schön. Aber wir haben nur zwei Yoshi-Coins bisher. Das beunruhigt mich ein wenig. Ach. Kein Level, ohne dass ich in so Zeitlimit... Was habe ich denn jetzt wieder zu lange gemacht? Ich schaffe es nie, ohne Zeitlimit... Probleme zu bekommen. Das kann ich doch nie behalten, das Ding. Oh, ja, ich hätte es behalten können. Scheiße. Und das ist wahrscheinlich jetzt wieder für Yoshi-Coin. Aber... Aber ich brauche jetzt zeitlich gar nicht weiterspielen. Ich kann mich umbringen. Ich habe die Yoshi-Coin gesehen, aber ich kann mich umbringen. Das ist krass, wie wir nicht Zeit haben, wenn die alle dem Spieler gegeben. Das ist echt krass. Ich meine, ich erkunde doch ganz normal so... Ich spiele doch zum ersten Mal dieses Level. Und ich erkunde doch ganz normal. Ich bin doch jetzt nicht übertrieben langsam dabei. Oh Gott. Aber ich dachte schon, die Säge kommt hinterher. Das wäre nicht so günstig gewesen. Nie. Okay. Zack. So. Diesmal läuft das hier besser. Pils. Oh! Gleich eine Feder! Ja, viel besser. Ich mache auch den HDMA-Hintergrund. Der ist schön gemacht. Weil wenn ich hier schon eine Feder bekomme... ...dann müssen wir die natürlich auch aus... Da ist der Mond! Yo! Das war nicht okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da tatsächlich was ist. Cool. Sehr cool. Nice. Schönes Versteck für den Mond. Okay. Ist das ein Reset? Tor? Tür? Ja. Wenn man alle... Wenn man alle von den Dingern kaputt machen würde. Aber wir können ja eh hier so durch. Wir können ja eh so durch. Insofern keine... Keine Herausforderung. Ich muss nur gucken, dass ich nicht oben irgendwo irgendwelche Monde verpasse. Äh, Monde. Ich meine, ähm, Yoshi-Coins. So, das war Nummer 4. Ich hoffe, es gibt noch eine Nummer 5. Aber die wird jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Rückweg sein. Trotzdem möchte ich mir den Rückweg mal kurz angucken, weil ich das Level doch schon sehr mag. Also, das Level ist schon sehr cool gebaut. Das muss man definitiv sagen. Scheiße. Okay, da komme ich nicht mehr hoch. Mist. Weil ich meine Päder abgegeben habe. Blöd, wie ich bin. Na gut. Was ist da drüben? Da drü... Jo. Nein! Ich kann... Ich kann... Das ist... Ach ja, für eine Münze. Für eine Münze. Ist klar. Eine Yoshi-Coin hätte ich jetzt gerne noch, aber... Okay, es gibt aber... Es gibt noch mal eine Abzweigung. Und jetzt guckt euch mal die Zeit an. Wir sind jetzt schon wieder bei 104. Wer schafft denn das Level am Stück, wenn er es noch nicht kennt? Also, wenn es wirklich blind ist. Ah ja, super. Also, die Zeit finde ich dermaßen krass. Wenn ich das Level noch nicht kenne... Nee, das schaffe ich nicht in der Zeit. Wirklich nicht. Krass. Aber gut. Schönes Level. Bis auf die Zeit, schönes Level. Weiß nicht, ist Zeit auch so ein Kriterium? Ist immer das, was ich immer nicht so sicher weiß. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Zeit ist kein Kriterium für... Für den Design oder so. Sorry, ich habe es gar nicht angekündigt. Ich habe kurz was getrunken. Ich hatte jetzt so einen Durst auf einmal. Da musst du jetzt einfach ohne... Ohne nachzudenken, musst du da jetzt einfach kurz ein bisschen Flüssigkeit hinein. So. Okay. Laufen wir weiter. Oh, es gibt doch eine Abzweigung. Nach Hide and Seek Items von Sumguy712, der 30. geworden ist, gibt es eine Abzweigung. Boah, Hide and Seek. Da oben ist der Pilz. Nice. Find the hidden item in each room. Okay, aber das klingt interessant. Some items may be very well hidden. Da bin ich ja mal echt gespannt, ob ich mich anstelle beim Finden. Ich meine, das war jetzt nicht schwierig. So, hier brauche ich auch einen Pilz. Ja, okay. Das sind fünf Münzen. Das sind wahrscheinlich fünf Orte, die ich abspringen muss. Und dann kommt der Pilz oben raus. Ah, nee. Nee, ich sehe, wo der Pilz ist. Ich sehe, wo der Pilz ist. Klar. Jetzt interessiert mich, was sagt das Ding, dass es eine Reservator ist, oder was? Ja. Okay. Okay, ja, ich meine, so viele Orte gibt es jetzt nicht, wo der Pilz sein kann, oder? Und ja, hier oben, hier oben ist ein bisschen schwarzer als bei allen anderen zwischen den Lücken. Das heißt, der ist genau da. Seht ihr das? Hier ist so eine deutliche Lücke und hier ist schwarz. Das heißt, da ist ein Objekt dahinter. Easy. Bin gespannt, ob es noch schwieriger wird. Don't mind that Blue Cooper down there, he just wants to watch you solve this puzzle. Okay. Ja gut, einer von den Fragezeichen-Dingern wird halt die Ranke... Oh, dann Yoshi. Okay, ist ein Yoshi. Ist ein Yoshi. Dann gibt es ja kein großes Puzzle mehr zu lösen. Ja, okay. Schade. Aber den anderen brauche ich nicht, weil ich eine Feder habe. Gut, also die hätte man eh alle aufmachen können. So. If there is no door to reset the room, then it should be possible to make a... To make unwinable. Also, no mancher means no need to ban any power-ups up there. Ja, aber dann habe ich jetzt ja schon gewonnen. Okay, weil hier halt auch was sowas rauskommt. Und dann fliegen wir mal kurz eine Runde. Aha. Das ist... Das ist nur ein Secret Room, sozusagen. Ja, das ist einfach ein Secret Room. Gib mir eine zweite Feder. So. Ah, okay. Und ich komme hier an nichts mehr ran. Alles klar. Gut. Wir suchen einen Pilz. Wie immer suchen wir einen Pilz. Free Pancake Day at IHOP. Okay. Oh. War das Zufall, dass ich da stehen konnte? Ja, ne? Das ist... Aha. Ist hier ein versteckter Pilz? Nein? Nee. Da ist der Pilz. Okay. Mich irritiert nur jetzt noch dieser Block hier. Was? Warum ist der da? Na gut, keine Ahnung. Wait, und wie komme ich da ran? Kann ich irgendeinen davon mitnehmen? Nee. Ah, der ist auch fest. Oh mein Gott. Bin ich gerade erschrocken. Okay, aber das nützt mir jetzt auch nichts, das Ding. Gut. Okay. Ah, so wird jetzt auch der Pilz wieder geschnappt. Ja, er hat mitgedacht. Ich hab's... Ist schon in Ordnung. Er hat mitgedacht. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Was muss ich jetzt hier finden? Ach so. Oh. Ja, okay, dann... Ja, okay. Bin ich so ein bisschen irritiert gewesen von den ganzen Münzen, aber... ...dann passt es schon. Ja gut, der Pilz kann ja eigentlich nur da sein oder hier oben irgendwo oder ansonsten halt hier unten. Oder wenn man runterläuft, sodass da so verschiedene, dass man auf jeder Wolke mal gestanden haben muss oder sowas. Dass man da so ein bisschen rumspielt. Ja, genau. Und rumspielen muss. Okay. Ja, interessante Level-Idee auf jeden Fall. Da ist der Pilz. Da drüben ist noch ne... Ich verstehe das mit dem Zeitlimit nicht. Also... Auch hier wieder. Ich spiele doch normal. Was soll das denn? Wie komme ich an die Yoshi-Coin ran? Oh, ist da drüben. Da ist da drüben durch. Ja. Okay, alles klar. Da schießt es mich einmal durch die Gegend. Aber jetzt kann ich schon wieder aufhören. Weil das schaffe ich doch nicht. Äh? Achso. Wollen die mir jetzt sagen, einer davon ist sozusagen echt? Oder? Ne. Ich hab halt nicht lesen können, was da stand. Das muss ich nochmal lesen. Nein, ich suche nicht nach nem P-Switch. Ich suche nach nem Weg, da hoch zu der Ranke zu kommen. Äh. Ranke wahrscheinlich. Da hoch zu der Röhre zu kommen. Das suche ich. Wobei, doch, nem P-Switch könnte natürlich schon helfen. Oder so. Ja, aber... Ich... Also, wer schafft das blind in dieser Zeit? Das würde mich wirklich interessieren. Mir scheint, das Schlauste ist es wirklich, ich bringe mich nach jedem mit Waypoint um. Weil ich die Zeit nicht schaffe. Also nie. Also fast nie. Das scheint mir wirklich das Sinnvollste zu sein. Weil sonst spiele ich immer weiter und hab nix davon. Weil ich dann draufgehe. Ha. Gut, wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Aber... Aber... Ist schon ein bisschen komisch, ne? Soll jetzt hinter so ner Shell ein Pilz sein? Oder... Oder was? Was soll mir hier mitgeteilt werden? Ach, da hinten. Ja, moin. Okay, ja, und noch ein Yoshi-Coin. Ne, easy Yoshi-Coin, wohlgemerkt. Yo! Okay, tschüss, Blöcke. Okay. Alter, da oben war ne Yoshi-Coin. Ne, war gar keine. Gelogen. You'll need a piece-witch, or do you? There may be a few different ways to clear this room. Okay. Wir puzzeln ein bisschen. Oh, wir puzzeln wirklich. Oh, wir puzzeln wirklich. Geh da schon mal ein Stern... Ah, ne. Da ist vor allem ne Feder. Ja, okay. Dann war's das. Ja, äh, okay, so geht's auch. Da haben wir auch noch der piece-witch. Also jetzt haben wir alles. Und hier geht's vor allem hoch... Und da ist noch ein Grau... Was... Was ist denn jetzt los? Also jetzt habe ich hier die Röhre. Aber ich habe vor allem da drüben die Röhre. Und die scheint mir viel wichtiger zu sein. Und viel besser und viel toller. Dann nehmen wir mal den... Oh, jetzt kann ich da nicht hochfliegen. Doch. Nehmen wir den mal mit. Okay, ich nehme gar nichts mit. Hä? Achso, das ist nur wie seit Röhre. Okay. Aber wo wäre ich jetzt rausgekommen? Hi, Yoshi. Okay. Wo wäre ich jetzt rausgekommen, wenn ich die andere Röhre genommen hätte? Das verstehe ich noch nicht. Aber ist okay. Ich muss ja nicht alles verstehen. Ich muss ja nicht alles verstehen. Okay. No, Yoshi. Tschüss. Ah, da hätte ich was... Okay, hätte ich was gehabt. Oh, da hätte ich da... Oha. Achso, ich hätte beide gebraucht. Und jetzt hätte ich Yoshi aufgefangen. Und da ist noch ein Leben. Okay. Okay, man macht es nochmal, weil man es... Man muss es sozusagen schaffen. Und jetzt kann ich so durchgehen und es gilt dann, oder wie? Ach, nee, ach, ich muss durch die Röhre mit Yoshi. Erstanden. Ich muss durch die Röhre mit Yoshi. Ja, lol. Wir haben alle Yoshi-Koi. Haben wir einen Mond gefunden eigentlich? Sind wir unsicher? Gibt es hier noch einen Mond? Okay. Yo, wie viele Yoshi-Coins einfach. Nein, ich habe irgendwo nicht alles eingesammelt. Jetzt ist alles zu. Cheat. Ich glaube, das wäre für den Mond gewesen. Ich glaube, das wäre für den Mond gewesen, der untere Weg da. Ja. Ja, da müssen wir schon nochmal rein. Also, ich muss alle Münzen mitnehmen. Aber... Zählen die... Okay, zählen die Münzen, die ich jetzt hier vorne weg mache? Zählen die auch schon bis zum Midway? Also, selbst wenn ich dann... Weil, zeitlich wird das schon wieder eine... Ich meine, gut, ich weiß jetzt die Sachen. Vielleicht nicht. Vielleicht wird es nicht knapp. Nee, wahrscheinlich wird es nicht knapp. Ist okay. Weil ich jetzt den Weg kenne. Aber da wäre jetzt wieder zum Beispiel die interessante Frage... Ähm... Da wäre jetzt wieder die interessante Frage... Was wollte ich denn sagen, Menschen-Scanner? Ähm... Vergessen. Achso, doch. Wenn ich jetzt beim Midway... Nach dem Midway sterbe, wegen Zeit und so, ne? So. Und... Ah, dann brauche ich nämlich doch... Muss ich nämlich doch auch alle Blöcke und so anspringen. Wegen den Münzen, wahrscheinlich. Ähm... Nee, aber... Wird es dann gespeichert trotzdem? Dass ich die Münzen weggemacht habe? Wird es über den Midway gespeichert? Weil sonst ist es ja Quatsch. Weißt du, wie ich mein? Muss ich die jetzt alle auslösen? Ach, Shit. Ich bin blöd. Oh, Shit. Hätte ich dir oben auch jetzt einsammeln müssen, eigentlich? Warte mal. So. Okay. Ich mein, wahrscheinlich klappt jetzt zeitlich. Ja, doch. Jetzt klappt es schon zeitlich. Never mind. Aber ansonsten wird es komisch geworden. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob da oben noch feste sind. Nein, die sind alle nicht fest. Okay, okay. Gut, 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 gut. Dann haben wir ja alle. Okay. So. Das erklärt jetzt, dass hier auch Münzen sind. Hier ist keine mehr, trotzdem noch mal reingehen. Sicher ist sicher. Okay. Gibt mir die Fehler. So. Hier sind... Hier habe ich auch einige Münzen ausgelassen. Das sollte ich nur rückgängig machen. So, okay. Hier, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich erst die Münzen sammle. Bevor nämlich alles wegfährt. Gut. 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 Jetzt muss ich gut aufpassen, was ich mit dem P-Switch dann anstelle. Hier fällt ja ein grauer runter. Hier, da geht's nicht weiter. Oh. Oh. Ja, 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 ja. Natürlich. Natürlich. So. Jetzt haben wir schon mal den Grauen ausgelöst. Jetzt müssen wir hiermit noch alles wegmachen. Oh shit, sind da Münzenblöcke? Nein, okay, gut. Und jetzt kann ich dann sogar mal hier auch durchgehen. Was ist jetzt hier? Ist das eine andere Röhre dann? Ne, ist die gleiche. Warum ist dann die eine so secret? War da nochmal Münzen? Warte mal, waren da nochmal Münzen da hinten? Ich hab das nicht mehr, ich hab's nicht mehr im Kopf. War da... Lol, da ist noch ein Pilz, okay. War hier noch irgendwas? Aber hier war nichts anderes. Warum ist das hier so secretartig versteckt? Schon interessant. Hier, die müssen auch alle ausgelöst werden, nehme ich an. Okay. So. Gut, gut. Okay. Okay. Jetzt kommt der Spaß wieder. Gut. Müsste doch eigentlich alles passen. Jetzt kann ich durch die Röhre durch. Na, so. Ach, Luz! If you dodged... Ich muss die... Ich darf... Es ist genau andersrum. Ich muss die auch... Ich hab's nicht richtig gelesen. Ich muss den Dingern ausweichen. Ich trottel. Ich soll die nicht einsammeln. Ich muss denen ausweichen. Ups. Ups. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich getan habe. Oh, das macht jetzt die Sache noch spannender. Ich trottel. Ich trottel. If you dodged. Und ich dachte, ich muss die sammeln. Oh, man. Das erklärt auch dann die Sache mit dem Midway-Point. Weil, klar, dann sammle ich die halt einfach nicht. Nicht doof. Ne? Dann sammle ich die halt einfach nicht. Und dann hab ich sie ja auch nicht bei Midway. Ich bin so ne Nuss, ne? Ich bin so ne unfassbare Nuss. Scheiße. Scheiße. Okay. Yikes. Ähm. Ah ja, okay. Jetzt komm ich hier wieder so hoch. So. Und dann wieder da rüber. Nee! 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 Okay. Wait, aber wozu mach ich den Quatsch hier unten überhaupt? Kann doch jetzt einfach Anlauf nehmen. Nee! Ich stand so gut, ne? Und jetzt muss ich hier auch das Ganze machen, ohne die zu sein. Ich hab mich schon gewundert, was diese ganzen Münzen so... Wait, die komm ich jetzt da hoch. Dafür ist die Ranke! Na, wieso sammle ich die denn? Und das denn für ne Aktion? Wait, ich glaub der ist durchlässig, ne? Nee. Scheiße. Irgendeiner von denen war durchlässig. Ja, auch nicht? Der war durchlässig. Okay. Okay, und ich darf hier jetzt auch keine Münze sammeln. Oh, deswegen nehmen wir auch keinen Midwaypoint mit. Ich verstehe. Oh Gott. Ich darf keine Münze sammeln. Oh, das ist in dem Raum krass. Okay, wie komm ich aus der Nummer wieder raus? Okay, so. Oh Gott. Boah. Mann. Alter. Ich bin doch vorhin auch da rausgekommen, irgendwie. Ich bin doch vorhin da auch irgendwie rausgekommen. Oder bin ich da gar nicht drin gelandet. Ich könnte auch drüber laufen. Mann. Alter. Oh, yes. Boah. Nein. Du musst da wieder... Du musst da raus... Nicht da drauflaufen. So. Zählen aber die Münzen jetzt auch? Bei denen kann ich nicht ausweichen. Aber die dürften nicht zählen. Das wäre schon komisch. Das ergäbe auch keinen Sinn. Okay, dann muss ich den von der anderen Seite anspringen. Okay. Okay. Yo. Ah, zum Glück muss man hier direkt runter. Uiuiui. Ah, und jetzt ohne die Münzen zu berühren, muss ich bis da hochkommen. Wobei das sogar geht. Ja, das geht sogar. Das war sogar gar nicht so schlimm. Okay. So, und jetzt hier auch ohne irgendwas zu sammeln. Okay. Okay. Jetzt bitte. Okay. 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 All right. Und jetzt wieder der Quatsch. Okay, die muss ich sammeln. Aber jetzt haben wir es doch. Ich habe doch jetzt alles gedodged. Jetzt darf hier keine Wand mehr sein. Nicht eine einzige. Hier kam vorhin die erste Wand. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Seemed like you've managed to dodge every loose coin in the main areas, one screen room. But what about the IHOP mushroom platform area? Ja, da habe ich auch alle gedodged. Überall alles gedodged. Mond. Your coin dodging ability proved to be top notch. Now enjoy your reward of not one, not two, but three moons. Hooray. Yay. Pi. Okay, sehr schön. Yo, das war Lese-Skill nicht vorhanden. Lese-Skill nicht vorhanden. Es war ein bisschen doof. So, jetzt haben wir die Auswahl zwischen dem Level. Und wir haben die Auswahl zwischen dem Level. Aber beides führt alles noch weiter. Also das, da muss ich ein bisschen jetzt einfach aufpassen, dass ich im Blick habe, was Sache ist. Weil das führt dann hier hin, das führt dann hier hin. Ah, hier, okay, hier machen wir dann den Rundkurs. Okay, dann gehen wir erst hier rüber. Machen dieses Level, machen dann das Haus und so weiter und so fort. Okay. Dann nächstes Mal geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.